heute ist ja nelson mandela tag und die pfohre ist eine community nelson mandela die nelson mandelianer gehen über unsere brücke da ist noch das polizei hat auf der anderen brücke also nelson mandela all the best happy birthday sie marschieren über die andere brücke und gehen dann wahrscheinlich richtung kulturgarage würde ich mal schätzen ohne es zu wissen der seestattreporter soll es natürlich wissen neuer ist wieder schlecht informiert ja wie auch immer happy birthday nelson mandela oder great man so wie geht es zu unserem pia westen norden ist ein mandela tag heute glaube ich osten in der süden mit dem schönen park mit dem schönen bosa an